Wir können uns nicht entscheiden. Entscheiden Wir gehen in die Berge, um zu wandern. Um Um In Um In Um 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 Wir konnten uns endlich entscheiden. Wir konnten uns endlich entscheiden. Wir reisen im Mai nach Afrika. Afrika Wir verbringen zwei Wochen in Nordamerika. Nordamerika Nordamerika Verbringen Wir fliegen im Mai nach Nordamerika. Meine Partnerin hat sich für Zürich entschieden. Für Zürich Sich Für Für Zürich Sich Entschieden Entschieden Nächsten Monat machen wir in der Schweiz Urlaub. Nächsten Monat machen wir in der Schweiz Urlaub. Ich musste mich schnell entscheiden. Ich musste mich schnell entscheiden. Ich musste mich schnell entscheiden. Ich musste dich parce preferschen und anders aus An 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 gelen Wir fahren zum Strand, um zu schwimmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Nächsten Sommer reisen wir nach Europa. Die Kinder besuchen bald ihren Opa in Nordamerika. Die Kinder besuchen bald ihren Opa in Nordamerika. Wir haben uns für Europa entschieden. Wir wollen in die Berge fahren, um zu klettern. Wir wollen in die Berge fahren, um zu klettern. Wir wollen nächsten Sommer nach Afrika reisen. Wir wollen in die Berge fahren, um zu klettern. Nächsten Wir haben uns für Afrika entschieden. Die Kinder besuchen bald ihren Opa in Nordamerika. Die Kinder besuchen bald ihren Opa in Nordamerika. Die Kinder besuchen bald ihre Opa in Nordamerika. Die Kinder besuchen bald ihre Opa in Nordamerika. Die Kinder besuchen bald ihren Opa in Nordamerika. Untertitelung des ZDF für funk, 2017